So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zone. Wunderschönes Spätsommerwetter, eigentlich besser als der Sommer vorher war. Ideale Kulisse für eine neue Folge Elefant, Tiger und Co. der Podcast. Heute wieder hier hinter den Felsen der Schneeleoparden. Und das ist die Kulisse, wo nur einer jetzt wirklich ganz besonders zu hören sein muss. Steffen Torolski ist heute bei mir der Gast. Steffen, sei herzlich gegrüßt. Ja, dankeschön. Ich grüße gerne zurück. Steffen, wir sitzen hier sehr gemütlich. Sind das Stühle, mit denen du täglich zu tun hast? Das ist unser sogenannter Bürostuhl, kann man fast sagen. Wir haben hier so ein kleines Kämmerlein, wo wir auch unseren Schreibkram natürlich täglich machen. Und wo wir auch unseren Monitor stehen haben und da natürlich auch so ein bisschen in die Schneeleoparden-Mutterstube reingucken können. Wenn ich hier auf dem Stuhl sitze, so ein bisschen Fernsehen, was wir nebenbei gucken können. Auf die Mutterstube komme ich gleich noch, aber da war erst so etwas Langweiliges drin wie Schreibkram. So etwas habt ihr hier wohl auch zu tun regelmäßig? Ja, das gehört natürlich zum Tierpflegealltag dazu. Also beim Schneeleoparden ist es zum Beispiel so, dass wir täglich, wenn es Futter gibt, das Futter abwiegen und das natürlich auch notieren. Das heißt, wie viel gab es, was für ein Futter gab es und wie viel haben die Tiere natürlich auch gefressen. Des Weiteren wiegen wir die Schneeleoparden einmal im Monat und das wird natürlich auch notiert. Außerdem wird natürlich besonderes Verhalten notiert. Meistens ist ja die alltägliche Langeweile, also alles ist wie immer. Und ja, da freut man sich eigentlich auch immer drüber. Und hier und da gibt es natürlich dann auch mal, gerade so bei unserem Schneeleoparden-Pärchen Schandra und Aska, mal ein paar Reibereien. Und das notiert man dann natürlich ganz einfach. Aber so Essensbestellung fürs Tier, muss sowas eigentlich auch täglich, regelmäßig gemacht werden? Ne, da haben wir natürlich unsere normale Futterportion, die wir geliefert kriegen, beziehungsweise die wir uns aus der Futterküche abholen. Das muss natürlich regelmäßig angepasst werden. Sommer und Winter wird mehr oder weniger gefuttert. Wenn natürlich jetzt da, ja sagen wir mal so 25 oder 30 Grad herrschen, da hat natürlich der Schneeleopard nicht immer so viel Appetit. Und dann bestellen wir da ein bisschen was ab. Manchmal kriegen es natürlich dann einfach auch die Geier, weil die haben dann immer Hunger. Im Winter gibt es dann natürlich wiederum ein bisschen mehr Futter, weil der Körper natürlich die Körpertemperatur halten muss. Und deswegen muss man einfach auch hier und da mal ein bisschen mehr fressen und sich so ein kleines Fettdepot anfuttern. Und deswegen gehen ja unsere Schneeleoparden einmal im Monat auf die Waage, damit wir das auch alles immer so ganz genau kontrollieren können. Und genau gucken können, dass nicht einer hier so zu so einem dicken Klops mutiert und der andere immer dünner wird, sondern dass alles so ein bisschen im Rahmen bleibt. Fressen denn diese Raubkatzen zum Beispiel täglich, weil es ja bei anderen zum Beispiel beim Löwen, dass da gar nicht immer was dran ist auf dem Schweißenplan? Ja, beim Schneeleoparden ist es wahrscheinlich sogar noch weniger als beim Löwen. Unsere Schneeleoparden kriegen nämlich nur dreimal die Woche, Montag, Mittwoch, Freitag, gibt es eine Futterportion, das sind so drei Kilo Fleisch. Also ohne Knochen und Fell und Federn gerechnet drei Kilo Fleisch, also neun Kilo die Woche. Es kann aber auch manchmal so sein, gerade unser Weibchen Chandra, die hat oftmals nicht so einen Appetit und die achtet mehr sehr gerne auf ihre Figur und frisst dann auch mal nur sechs Kilo die Woche. Und genau da muss ich auch mal drauf achten. Wenn die nämlich unter ihr normales Körpergewicht fällt, dann diskutiere ich auch gerne mit ihr rum und versuche sie natürlich auch dann mit so ganz kleinen Häppchen aus der Hand, ihr das immer ein bisschen schmackhafter zu machen, dass sie auch ihr Körpergewicht halten kann. Aber da kommt ja, meine nächste Frage steckt ja schon fast mit drin, teilen die sich das ein? Also sie tatsächlich? Also Sie wissen, das nimmt mir sowieso keiner weg? Nee, also es ist eigentlich so, dass die Schneeleoparden, die kriegen natürlich die Futterportion reingelegt. Also meistens findet das hinter den Kulissen statt, weil gerade wenn ich Chandra und Aska zusammenfüttern würde, ja dann kann ich garantieren, Aska schnappt sich das Futter und Chandra denkt sich so, naja, ist okay, ich achte auf meine Linie. Und deswegen werden die natürlich da getrennt gefüttert. Und die sollen natürlich auch möglichst schnell fressen, damit nicht fliegen oder andere Tiere eingeloggt werden und das Futter einfach nicht mehr so schön ist. Das soll ja möglichst frisch sein und deswegen gucken wir, also ich stehe nicht daneben und beobachte die, aber ich kenne ja immer so den Zeitrahmen, wie lange die ungefähr fressen. Und dann weiß man immer ganz genau, ach jetzt guckt sie schon so in der Gegend rum, hat eigentlich keine Lust mehr und dann kann sie auch langsam wieder rausgehen und ich nehme die Futterreste raus und das wandert dann weiter zum Geier, wenn da was übrig bleiben sollte. Nun haben wir die beiden ja schon angesprochen, Chandra und Aska, also allein schon, der Name ist ja so ein bisschen wie Märchen aus Tausend und Einer Nacht und selten ist ein Podcast so gut vorbereitet worden wie diesmal. Ihr habt ja sogar frische Jungtiere, also die ja sowas von gerade erst geschlüpft, kann man ja hier gar nicht sagen, geboren worden. Wie geht's denn den beiden? Ja, denen geht's sehr gut, muss ich sagen. Ich habe eben gerade noch, kurz bevor der Podcast losging, noch intensiv auf den Bildschirm geguckt. Ja, da kann man sehr schön jetzt gerade beobachten, wie die Kleinen ihre ersten Schritte machen. Also es passiert eigentlich noch nicht ganz so viel. Die meisten stellen sich ja immer so vor, die ersten Tage, das ist so spannend. Ja, es ist natürlich auch spannend, wenn plötzlich da nicht nur Chandra in ihrer Wurfkiste drin liegt, sondern auch noch zwei Jungtiere da sind. Aber es passiert nicht viel. Alle drei liegen einfach rum, dann wird geschlafen, es wird natürlich getrunken, das ist ja auch das, was wir sehen wollen. Aber es passiert nicht viel. Und jetzt werden sie langsam mobiler, wandern immer in ihrer Wurfkiste da durch die Gegend, wenn Mama eben schläft. Und ja, jetzt kann man nämlich schon sehen, dass sie nicht nur so krabbeln, sondern richtig die Füße auch unter den Körper stellen. Also man kann schon fast sagen, das sind die ersten Schritte. Und ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber es sieht so aus, als hätten sie auch schon die Augen offen. Du sprichst den Bildschirm an, bist du auch im Moment nur Fernsehzuschauer, was das angeht? Ja, also ich war bis jetzt noch gar nicht da drin. Das ist auch völlig in Ordnung, weil Chandra weiß ja, was sie tut. Und sie soll ja auch ihre Ruhe haben. Und sie kommt mir natürlich auch regelmäßig entgeben, weil sie hat nicht nur ihre Mutterstube zur Verfügung, sondern sie hat ja auch eine Nebenbox, also das heißt einen Raum einfach, der daneben liegt. Außerdem darf sie auch einmal am Tag oder manchmal auch zweimal am Tag auf die Außenanlage. Chandra macht momentan mit den Jungtieren alles alleine. Wir wissen weder, was für ein Geschlecht das ist, ob die beiden auch körperlich komplett gesund sind oder nicht. Das wissen wir alles noch gar nicht. Aber wir vertrauen natürlich erstmal Chandra, dass sie das alles richtig gut macht. Und es sieht auf jeden Fall im Moment sehr, sehr gut aus. Und ihr wartet jetzt, bis sie euch die beiden zeigt? Oder wann ist so für euch der Moment? Das wird natürlich alles jetzt im Moment abgesprochen, auch mit dem Tierarzt zusammen, dass wir dann einmal reingehen und dann aber nicht mit zehn Leuten oder so. Jeder darf mal gucken und streicheln, sondern alles ganz ruhig. Da wird dann der Tierarzt dabei sein und vielleicht dann ein Tierpfleger, vielleicht auch zwei Tierpfleger. Und ja, dann wird man feststellen, hoffentlich, dass alles gut ist und Chandra weiter so ihr Ding machen lassen. Und irgendwann tippeln die Kleinen dann ja mal erst aus der Wurfkiste raus. Und dann kommen sie vielleicht auch mal in die Box, wo Chandra uns praktisch auch richtig entgegentreten kann und am Gitter sich zeigen kann und die Jungtiere auch zeigen kann. Hat Askar damit jetzt irgendwas zu tun? Interessiert ihn das? Ja, also Askar ist da auch, ich sag mal so, stiller Teilhaber. Denn Askar ist ein Schneeleopard, der selbst in der Familie groß geworden ist. Er kommt aus dem Zoo in Neunkirchen und da hat dann ganz schnell bei uns die Idee stattgefunden, dass wir Askar intensiv damit beilassen wollen. Und Askar ist im Moment auf der Außenanlage, also über den Tag. Und am Nachmittag kommt er dann auch hinter die Kulissen und verbringt dann den Nachmittag beziehungsweise auch die ganze Nacht bei Chandra in der, nicht in der Wurfkiste, aber in der Mutterstube selbst. Da hat er ein Liegebrett, wo er drauf schlafen kann oder er hat natürlich auch noch zwei Nachbarboxen, wo er dann auch sich ein bisschen von der Frau und den Kindern zurückziehen kann. Aber er geht auch, wenn Chandra zum Beispiel auf der Außenanlage ist und da gerade so ein bisschen markiert und rumstromert, dann geht er auch hin und begrüßt seine Jungtiere. Er hört sich an so wie so ein bisschen Pusten, das kennt man von großen Katzen. Und das macht er dann natürlich auch intensiv. Also er ist da auch sehr interessiert an den Kleinen. Ich kann mich nur noch an Saumann das Liebesspiel erinnern. Das war ja dann teilweise doch recht grob, was die beiden da miteinander machen. Dann noch dieses strenge Einzelgängertum, von dem du auch immer erzählt hast. Wie passt denn das da jetzt gerade rein? Ja, wir haben ja hier im Zoo eine andere Situation im Freie Wildbahn. Also in Freie Wildbahn ist ja der Schneeleopard kein Einzelgänger, weil er jetzt sagt, ich hasse alle anderen Schneeleoparden, sondern eigentlich vielmehr, weil das Leben dort so hart ist. Und das geht nicht nur beim Schneeleoparden einher, sondern das gilt natürlich für die meisten anderen Großkatzen auch. Der Löwe ist ja da so die Ausnahme, denn das Futter ist einfach sehr knapp im Lebensraum. Als Schneeleopard oder auch als Tiger muss man irgendwie regelmäßig satt werden. Und das heißt, man muss guten Jagderfolg haben. Nun kann der Löwe sich natürlich darauf verlassen, dass er sagt, ja, ich jag einfach große Beutetiere, wie zum Beispiel auch eine Giraffe und so. Und da wird das ganze Rudel satt. Das kann der Schneeleopard nicht. Der stromert da alleine durch sein Himalaya-Gebirge und da trifft er natürlich, wenn er Glück hat, mal auf einen großen Steinbock. Da hat er dann mehrere Tage was davon. Es kann aber auch sein, dass er eben nur so ein paar Murmeltiere frisst oder auch mal einen Hühnervogel, der in der Gegend herumrennt. Da kann man sich das gar nicht erlauben, im Pärchen oder ja zum Beispiel auch im Rudel unterwegs zu sein. Das geht einfach nicht. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, was das für eine Herausforderung ist, wenn man denn als Schneeleopardenweibchen, ja sagen wir mal so zwei oder sogar vier Jungtiere, durch die Landschaft da bringen muss. Man wandert da durch die Gegend, man ist Spielkamerad. Man muss natürlich auch für die Sicherheit sorgen, dass die Jungtiere nicht irgendwie abstürzen oder sogar gefressen werden. Und man muss natürlich auf die Jagd gehen. Und das ist schon eine richtige Nummer. Also da möchte ich nicht unbedingt tauschen mit so einer Schneeleoparden-Dame. Und hier im Zoo haben wir natürlich die Situation, dass das alles nicht ist. Also man hat hier keinen Feind. Man hat hier regelmäßig Futter. Ja, wenn es zu wenig ist, wird es eben von uns sogar angepasst. Also da muss man keinen Hunger leiden. Und deswegen sind die Gemüter, sag ich mal, nicht ganz so erhitzt. Da kann man wirklich sich auch als Pärchen finden. Ja, und Chandra und Asuka, die sind eben unzertrennlich. Also wenn ich die morgens abtrenne und ich würde Chandra zwei Stunden später auf die Außenanlage lassen, das ist bei denen so, als wenn die sie zwei Wochen nicht gesehen hat. Sie leckt den sofort ab und ja, da wird dann ganz intensiv geschmust. Und man steht dann so als Tierpfleger daneben und denkt so, Mensch, ihr habt euch vor zwei Stunden gesehen. Was ist los mit euch? Aber es ist ja auch schön, dass die sich so vertragen. Das ist für uns natürlich Gold wert. Die Geschichte aus der Natur draußen, ist das etwas, was du dir einfach aus Interesse angelesen hast oder hast du es tatsächlich auch draußen schon mal gesehen? Also Schneeleoparden jetzt nicht, aber ansonsten versuche ich schon viele verschiedene Lebensräume auf der Welt zu entdecken. Es ist natürlich so, dass ich da nicht einfach rumreise und mir Tiere einfach so angucke, um da eine Liste abzuhaken. Oh, das habe ich mal gesehen. Sondern ich versuche schon wirklich sehr viel Verhalten festzustellen. Und weil ich zum Beispiel auch gerne Tiere fotografiere, weiß ich ganz genau, man muss selbst ein Tier werden, um ein Tier zu verstehen. Das heißt, wenn ich ein Tier finden will, muss ich überlegen, wo hat das Tier Nahrung, wo hat das Tier Schutz und wie könnte sich das Tier ungefähr verhalten? Und ich versuche mich natürlich hier auch in meine Tiere so ein bisschen rein zu versetzen. Was macht der Schneeleopard? Was würde ich machen, wenn ich in der Natur bin? Da ist es natürlich schon interessant, welchen Widrigkeiten zum Beispiel so ein Schneeleopard ausgesetzt ist. Ich meine, man muss sich erst mal vorstellen, wenn man da so im Himalaya unterwegs ist auf 4000 Meter Höhe, da ist ja nicht viel. Also das ist nicht wie afrikanische Savanne, wo ich zum Wasserloch laufe und da ganz viele Beutetiere habe. Sondern als Schneeleopard muss man da sehr, sehr viel unterwegs sein. Man muss natürlich die Nase, die Ohren und natürlich auch die Augen intensiv anstrengen, bis man überhaupt mal ein potenzielles Beutetier findet. Und dann ist es noch lange nicht erbeutet, sondern so ein Steinbock ist natürlich auch schnell und fit und ist im Gebirge gut zu Fuß unterwegs. Und das heißt, da steht ein Schneeleopard von der großen Herausforderung und vielleicht merkt man da auch mal eine Faszination. Ich bin immer wieder beeindruckt, nicht nur von Schneeleoparden, sondern von vielen anderen Tieren auch, was die einfach leisten können. Steffen, kann das sein, dass du aus einem Lehrerhaushalt stammst oder zumindest mal Lehrer werden wolltest? Also jeder Pfleger, mit dem ich hier rede, der kann ja sehr gut über seine Tiere erzählen. Aber bei dir klingt vieles einfach eben auch schon so druckreif wie Lehrbuch oder als ob man es gerade Kindern oder anderen Leuten beibringen wollte. Und da hast du dir das antrainiert oder hast du das schon immer? Nee, ich habe mir das eigentlich ganz gut antrainiert. Ich komme eigentlich aus einem ganz einfachen Haushalt und das ist auch ganz gut so. Mein Vater ist jetzt fast 50 Jahre als Handwerker tätig und ich sage mal, von dem habe ich auch die Bodenständigkeit. Ich habe gute Vorbilder in meinem Leben immer gefunden, habe dann auch gedacht, hey, du musst genauso wie diese Menschen vielleicht über den Tellerrand auch mal ein bisschen hinausschauen, damit das Leben vielleicht auch ein bisschen interessanter wird. Und ich bin natürlich auch vielleicht da ziemlich speziell, denn während sich andere gerne mit Freunden und so treffen, das mache ich auch tatsächlich, aber ich habe auch kein Problem, mal ein Wochenende mich hinzusetzen und einfach ganz, ganz viel zu lesen, mir zig Fragen aufzuschreiben und zu überlegen, wie kriege ich diese Fragen gelöst. Ja, viele würden mich da wahrscheinlich sehr komisch finden oder würden auch nicht mit tauschen wollen, weil das wirklich wahrscheinlich sehr langweilig für manche Menschen klingt und für mich überhaupt nicht. Ich kann auch sechs oder acht Stunden irgendwo im Wald hocken und einfach warten, was passiert. Und das erdet einen natürlich auch richtig schön. Das ist ja das, was in der heutigen hektischen Welt uns manchmal fehlt. Ich genieße das dann tatsächlich auch, weil man kann sich gar nicht vorstellen, was da alles so passiert. Und wenn man sich die Zeit da mal nimmt, da treten hoffentlich dann auch Fragen im Kopf auf. Warum ist das so? Warum passiert das so? Warum reagiere ich so in einigen Situationen? Und dann muss man nur noch diesen Fragen nachgehen und versuchen, die zu beantworten. Ich könnte mir nie vorstellen, dass bei mir in meinem Leben Langeweile aufkommt. Also das würde nie passieren, weil ich da immer wieder neue Sachen finde. Manchmal ist es sogar viel schlimmer. Ich habe ganz große Probleme, dass mein Kopf mal aufhört, über irgendwas nachzudenken. Kommst du nicht in Schlaf? Ja, das ist manchmal schon schwierig, weil die Welt einfach so wahnsinnig interessant ist. Deine Freundin war ja hier bei uns schon zu Gast beim Podcast, Sarina Schlievens. Und sie sagte mir ja, dass sie ja, sagen wir mal, ganz schön verschlungene Pfade bisher her zusammen erlebt hat. Wie war denn dein erster Werdegang? War es so von Anfang an dein Ding? Oh Gott, ich glaube, jetzt müssen wir noch ein paar Stunden und Zeit nehmen. Ich habe auch tatsächlich nicht so diesen ganz klassischen Weg gemacht. Ich bin da manchmal sehr beeindruckt, weil ja manche in meinem Alter, die haben 20 Jahre Berufserfahrung, also mit der Lehre zusammen. Und ich eben noch nicht, weil ich sehr viele verschiedene Berufe gemacht habe. Das haben aber viele von deinen Kollegen ja auch schon. Genau, genau. Und ich habe Tierpflege auch erst als zweiten Ausbildungsberuf gewählt. Davor habe ich sehr viele verschiedene Sachen gemacht. Also ich war im Straßenbau tätig. Ich habe auch zum Beispiel im Büro gearbeitet, beim Deutschen Roten Kreuz zum Beispiel. Ich habe in der Veranstaltungsindustrie gearbeitet. Ich habe auch mal eine Zeit lang als Veranstaltungsfotograf gearbeitet. Und ich habe manchmal auch zwei, drei Sachen gleichzeitig gemacht und überall nur begrenzte Stunden gearbeitet. Das habe ich aber auch nicht gemacht, weil ich irgendwie keine Arbeit gefunden habe oder so, sondern auch sehr bewusst gemacht. Ich wollte einfach viel lernen. Ich wollte auch viel über mich lernen. Und ein Arbeitsleben ist ja sehr lange. Und da muss man sich auch schon ganz genau überlegen, was macht man? Was fängt man mit dieser Zeit an? Was du da jetzt aufgezählt hast, da war aber jetzt noch kein Tier mit dabei. Nee, genau. Also mit Tieren hatte ich wirklich lange Zeit nichts zu tun. Ich bin zwar sehr ländlich aufgewachsen. Wir hatten zum Beispiel ein Haus am Wald und für uns war es ganz normal, wenn wieder die Wildschweine den Garten umgewühlt haben. Und ich war dann als Kind auch gerne alleine im Wald unterwegs und habe mich dann einfach gefreut, wenn ich mal Fuchs oder Reh gesehen habe. Und wir hatten natürlich auch sehr viele Tiere. Also deswegen weiß ich auch schon von klein auf, wie viel Arbeit Tiere machen. Deswegen bin ich auch überhaupt nicht blauäugig in den Beruf reingegangen, sondern wir hatten wirklich von Ziege über Hund, Katze, viele, viele Hühner, Enten und so weiter. Wir hatten alles Mögliche. Einen riesen Taubenschlag. Das war auch ganz gut so, weil ich habe natürlich da schon sehr viel Umgang mit Tieren gelernt. Ich habe sehr früh gelernt, wie viel Respekt man auch vor Tieren haben sollte. Und dann habe ich das lange aus den Augen verloren, weil ich einfach auch zum Beispiel nach der Schule gar nicht genau wusste, was machst du jetzt mit deinem Leben? Das geht ja ganz vielen Menschen so. Das ist wahr. Dann habe ich, wie gesagt, erst mal andere Berufe ausprobiert. Und irgendwann, ja, jetzt vor fast 15 Jahren, habe ich ja meine Freundin kennengelernt. Und wir haben dann beide irgendwann da gesessen und gesagt, hm, was machen wir jetzt eigentlich beruflich? Wo soll es hingehen? Und wir haben beide zeitgleich dann entschieden, ja komm, wir lernen einfach Tierpfleger. Und das hört sich jetzt so lustig an. Wir lernen einfach Tierpfleger. Das war überhaupt nicht einfach. Wir haben wirklich lange Zeit gebraucht, bis wir eine Lehrstelle gefunden haben, weil wir uns leider zu einem Zeitpunkt entschieden haben, den Beruf zu erlernen, als wirklich, ja, Tierpfleger so mit das Nonplusultra war. Ist es aber heute nicht mehr? Es ist zum Glück auch wieder ein bisschen abgeflacht, also zum Glück für alle, die sich heute bewerben möchten. Damals war es ja wirklich so, so gut wie jeder Zoo in Deutschland hatte eine Zoosendung. Und dementsprechend gab es wahnsinnig viele Bewerbungen. Und wir wurden teilweise aus Gründen abgelehnt, die heute gar keiner mehr machen würden. Also da kam schon mal so eine Antwort zurück, ja, wir wollen keine Frau einstellen, deswegen wurde meine Freundin mehrfach abgelehnt. Oder zum Beispiel, oh, Sie haben schon eine Ausbildung, nein, danke, wir nehmen lieber jemanden direkt von der Schule. Ja, und irgendwann hatten wir dann mal so gesagt, gut, das bringt jetzt alles nichts mehr. Und ich war dann der Erste, ich habe einfach meinen damaligen Job gekündigt und habe gesagt, ich mache jetzt ein Praktikum. Und das war damals im Vogelpark Marlow. Den habe ich mir auch ausgewählt, nicht weil ich Vögel so geliebt habe oder Vogelfleger werden wollte, sondern ich habe gedacht, hey, die haben schöne große Voyeren, die Vögel können toll fliegen, das finde ich irgendwie interessant. Und ich habe da ein Praktikum gemacht, 2007 war das. Ja, und die haben dann gleich gesagt, möchtest du hier anfangen zu arbeiten? Das war der Türöffner. Genau, und dann habe ich danach ohne Ausbildung da gearbeitet. Und ich kann sagen, das war wahrscheinlich so mit einer der stressigsten Zeiten in meinem Leben, weil ich wurde kurz angelernt und dann musste ich natürlich ganz, ganz viel selbstständig machen, inklusive öffentliche Pinguinfütterung. So, und wenn man noch nicht so wie heute das so häufig gemacht hat, heute mache ich sowas aus dem FF, man kann mich irgendwo auf eine Bühne stellen und dann erzähle ich da sechs Stunden, das stört mich gar nicht. Damals, ich war panisch, also ich bin, glaube ich, blau angelaufen vor Panik und die Leute, die da vorstanden, haben gedacht, was ist mit den Menschen da los? Warum spricht der nicht einfach so nett über Pinguine, sondern steht da so komisch? Und das kommt natürlich dann mit der Zeit auch erst. Ich habe da aber auch sehr viel gelernt und habe dann irgendwann aber auch gesagt, Vogelpark ist schön, aber ich muss irgendwie eine Ausbildung machen, wo ich dann auch breit gefächerter aufgestellt bin. Ja, ich habe dann irgendwann meine Ausbildung im Zoo in Halle gemacht, weil Halle hatte damals echt das Glück, beziehungsweise ich hatte das Glück, da gab es einen praktischen Tag. Ich war nämlich in wahnsinnig vielen Zoos, wo dann einfach so ein typischer Einstellungstest war, den auch, keine Ahnung, Polizisten machen und alle anderen, die irgendwie in öffentlichen Dienst angestellt werden. An dem so viele scheitern. Genau und klar, wenn man frisch von der Schule kommt, hat man da natürlich noch viel Wissen parat. Das war bei mir zu dem Zeitpunkt nicht so und in Halle war ein praktischer Test und da konnte ich natürlich glänzen, weil ich einfach vieles durch so ein bisschen Erfahrung schon nutzen konnte und dann habe ich dann meine Ausbildung gemacht und das waren auch wirklich drei schöne Jahre. Ich bin da sehr dankbar für, weil die Ausbildung auch sehr gut war. Darf ich doch nur mal fragen, habt ihr euch quer durch die ganze Republik beworben? Denn der Vogelpark Marlow ist doch relativ weit oben im Land, oder? Genau, wir kommen ja aus Mecklenburg-Vorpommern und auch gar nicht aus Marlow, sondern ursprünglich haben wir in Wismar gewohnt, also noch mal so anderthalb Stunden entfernt. Aber ich habe gesagt, da will ich ein Praktikum machen und da sind wir dann auch in die Nähe gezogen tatsächlich, nachdem ich da angestellt wurde. Und danach habe ich aber gesagt, gut, das reicht nicht aus. Als Tierpfleger muss man sehr flexibel sein und wir haben uns dann wirklich in allen Zoos in Deutschland beworben, in allen Tierparks und sogar noch, ja ich sage mal so relativ private Einrichtungen. Da war ich damals sehr überrascht, was alles so den Tierpfleger überhaupt ausbildet. Aber wir haben unzählige Bewerbungen abgeschickt und nicht so wie heute per E-Mail, sondern damals noch alles händisch. Und wir sind da manchmal mit so einem riesengroßen Paket von der Post oder mit so einem Plastikcontainer da hingegangen und haben da einfach dann Bewerbung abgegeben. Aber wir haben gesagt, wir wollen das jetzt und da muss man auch bereit sein, was dafür zu tun. Ja, ich bin da auch wirklich quer durch die Republik gefahren und war bei vielen, vielen Tests. Und es kam natürlich oft dann die enttäuschende Antwort, nee. Und wie gesagt, in Halle kam dann der Knackpunkt. Und seitdem war der Weg für euch irgendwie klar auf kleinen Umwegen. Ich meine, von Halle bis Leipzig ist es ja noch nicht mehr weit. Genau, aber ich habe da noch ein paar andere Umwege gemacht, denn man hat vielleicht schon jetzt so ein bisschen festgestellt, wie ich so ticke. Ich habe natürlich, nachdem ich in Halle dann ausgelernt hatte, ich habe auch angeboten bekommen, dass ich übernommen werden kann. Aber ich habe mir dann natürlich schon, ja schon im dritten Lehrjahr die Frage gestellt, okay, wie ist es woanders? Und für mich stand dann schon eins fest, ich will nochmal was ganz anderes sehen, sage ich mal, in der Welt der Zootierpflege. Und dann stand schon im dritten Lehrjahr eigentlich ganz gut fest, danach gehe ich in den Bärenwald Müritz. Das hat richtig schön gepasst. Die Kollegen haben da jemanden gesucht. Ich war durch Zufall bei einem Transport mit dabei von einem Bären und dann habe ich da im Bärenwald Müritz ein Jahr lang gearbeitet, habe da auch viele Erfahrungen sammeln können. Und ich muss auch sagen, habe nochmal ganz viel über Tiere und Tierpsychologie gelernt. Wie funktionieren Tiere? Kann deswegen wahrscheinlich heute auch nochmal ein bisschen sensibler auf Tiere eingehen und ganz anders beobachten. Das hat mir dann irgendwann aber auch nicht gereicht, weil dann wollte ich nochmal wissen, wie ist es in so einem ganz kleinen Tierpark? Und dann bin ich in den Tierpark Dessau gegangen. Da war ich ja schon mal hier wieder in der Region. Und Dessau war natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, man hat nicht so wie hier im Zoo Leipzig, ich sage mal, so viele Besucher und dadurch natürlich auch finanziell andere Möglichkeiten, sondern in Dessau, alles ist klein, alles ist natürlich auch teilweise nicht auf modernstem Stand. Aber da habe ich natürlich auch schnell gelernt, wie das ist, wenn ein Team sich auch sagt, wir warten jetzt nicht, bis mal irgendwie hier von der Stadt ein Bau durchgewunken wird oder so, sondern wir packen einfach mal an. Und das fand ich sehr beeindruckend. Ich habe da zum Beispiel so eine kleine Anekdote. Es gab mal einen Sturm, ist ein Baum umgekippt. Dieser Baum hat eine Uhu-Voliere weggerissen. Also es war wirklich mindestens die Hälfte der Anlage einfach weg. Und die Uhus saßen glücklicherweise noch morgens so auf ihren Stämmen, wo die immer sitzen und haben so ein bisschen verdattert geguckt. Das heißt, die konnten wir ganz schnell schnappen und erstmal in einer anderen Voliere unterbringen. Aber nach einer Woche stand die Voliere wieder. Wahnsinn. Also gerade in Deutschland überlegt man erstmal, wie baut man das? Wo kriegen wir Material her? Und das dauert manchmal einfach sehr lange. Und die haben gesagt, nee, Moment, wir haben jetzt nur so eine kleine Voliere, wo die Uhus drin sitzen können. Die sollen aber wieder in ihre große Voliere zurück. Also bauen wir das zack, zack, zack schnell auf mit ein paar Überstunden. Und es war beeindruckend, weil es stand auch schnell wieder. Und das sind alles so Sachen, ich versuche mir immer das Positive und das Negative aus diesen ganzen Erfahrungen rauszusuchen und auch zu gucken, wie sollte man auch arbeiten, wie kann man arbeiten und was kann ich natürlich auch dazu beitragen. Deswegen war es für mich auch ganz wichtig, so ein bisschen auf die Walz zu gehen, so ein bisschen sich das anzugucken. Wie funktioniert das in anderen Betrieben? Da muss man ja schon fast froh sein, dass du dich dabei auf Deutschland beschränkt hast. Also das klingt ja eigentlich auch nach, ich will auch einen Zoo in Südamerika noch gesehen haben, dort arbeiten. Wäre natürlich auch interessant, weil das auch wieder nochmal eine ganz andere Sache ist. Aber immer, wenn es mich ins Ausland gezogen hat, ich habe mir auch noch nie da ein Zoo angeguckt so richtig, weil ich immer Tiere in freier Wildbahn sehen wollte. Und ich geister dann da lieber zusammen mit meiner Freundin durch einen Nationalpark. Wir haben auch da keinen Komfort und gar nichts, sondern wir wollen einfach Tiere sehen in freier Wildbahn. Wir wollen auch mit Menschen sprechen und gucken, was ist eigentlich das Problem zwischen Mensch und Tier? Warum mögt ihr jetzt bei euch da die Großkatze zum Beispiel nicht? Oder warum wollt ihr den Elefanten nicht unbedingt in eurer Nähe haben? Und das sind dann die Fragen, die uns umtreiben. Und da ist dann natürlich für Zoo oder auch für Aufzuchtstationen ist da leider aufgrund der Zeit immer gar kein Platz. Weil klar, man hat immer nur eine begrenzte Zeit und die muss man dann schon gut einplanen. Dass du ja nun schon seit etlichen Jahren in Leipzig bist, ist ja dann fast ein Wunder. Also ich meine, der Drang irgendwo hin ist ja spürbar. Was passt für dich hier in Leipzig so gut? Ja, in Leipzig ist es natürlich so, wir haben hier einen Zoo, der sich sehr stark entwickelt. Also das kann man nicht nur auf dem Papier sehen, sondern ruckzuck entsteht immer irgendwas Neues. Das ist, glaube ich, in der Zootierhaltung auch ganz wichtig, weil Zootierpflege muss sich immer weiterentwickeln, weil wir immer neue Erkenntnisse haben und wir immer mehr über Tiere verstehen. Klar haben wir schon mit vielen Tieren lange Zeit zu tun, aber wir sehen Sachen anders. Wir erfahren immer neue Sachen über Haltung allgemein, über Zucht oder auch über Futter oder natürlich über den medizinischen Sektor. Und da muss man natürlich alles immer wieder anpassen, damit man einfach die Standards erhöht und nicht alles immer auf dem gleichen Level hält. Geht ja uns im sozialen Leben genauso. Heute sagt man sich vielleicht auch, ja, alles ist hier, das passt ganz gut. In 30 Jahren denkt man so, Mensch, wie konnten wir damals so leben? Wenn man sich jetzt mal so 30 Jahre in die Vergangenheit versetzt, da hatten wir noch nicht die ganzen Medien. Da gab es noch keinen Podcast so richtig. Klar, es gab Radiosendungen. Aber ich persönlich, also ich höre sehr viele Podcasts pro Tag. Ich könnte da gar nicht mehr ohne leben. Also Gott sei Dank hat sich das alles weiterentwickelt. Und so geht das in der Zoo-Welt natürlich auch. Nun bleibst du natürlich auch dort nicht passiv. Das habe ich ja von der Sarina mitbekommen. Ihr habt zusammen einen YouTube-Channel. Wie ist denn diese Idee entstanden? Das war für dich wahrscheinlich klar. Als es dieses Medium gab, da will ich auch noch zugreifen. Nee, gar nicht. Also wir haben 2014, habe ich zu Sarina gesagt, so pass auf, wir müssen jetzt mal eine längere Zeit ins Ausland. Und wie Sarina so ist, hat sie gesagt, okay, machen wir. Ja, und dann haben wir uns... Schöne Diskussion, ja. Ja, da brauchen wir nicht lange diskutieren bei uns tatsächlich. Und dann haben wir gesagt, so am 01.01.2015 gehen wir ins Ausland, in die Wildnis von 0 auf 100. Und haben dann gleich eingeplant, es muss Sumatra sein. Und ich kam dann auf die Idee, ja, irgendwie müssen wir ja auch anderen Leuten davon berichten. Also mit anderen Leuten meine ich jetzt nicht fremden Leuten, das hatte ich damals überhaupt nicht auf dem Schirm, sondern unserer Familie, unseren Freunden und so weiter. Ja, wir haben dann einen Blog im Internet gestartet, wir haben dann den YouTube-Kanal gegründet und haben da sporadisch immer so ein bisschen was gemacht. Und dann kriegt man natürlich ganz schnell mit, oh, da gucken auch andere Leute zu. Und wir haben tatsächlich dann auch auf der Reise, während wir ja gerade nachts so auf Borneo zum Beispiel saßen, haben wir andere Reisende kennengelernt, die gesagt haben, ey, wir haben gerade gelesen da auf Facebook und so, dass ihr da und da seid und wir fanden das ganz toll und sind jetzt auch hingereist und dann trifft man sich. Und das Lustige ist sogar, ich habe damals sogar einen Kollegen hier aus Leipzig getroffen. Da sind wir gerade in einem Nationalpark gewesen, sind wir gerade angekommen auf Borneo. Und dann denke ich so, hä, da ist doch eine Mütze vom Zoo Leipzig, was für ein Zufall. Und dann dreht sich der Kollege um und dann war das hier unser Kollege Jochen Männer, der früher hier ja im Vogelhaus gearbeitet ist und mittlerweile sich auf Java befindet und da in einem Zoo arbeitet. Und da denkt man auch so, hä, so klein ist die Welt. Aber auch der hat uns dann tatsächlich über die sozialen Medien gefunden, hat gesagt, Mensch, da sieht es ganz gut aus, da sind viele Tiere, da muss ich hin. Da stellt man immer wieder fest, so klein ist die Welt. Das gruselt dich aber nicht, dass sowas dann der Effekt ist von so YouTube-Channels, dass Leute extra irgendwo hinkommen oder einen super erkennen. Das ist okay für dich? Das ist schon okay. Also ich habe da bis jetzt zum Glück auch noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Es gibt hier und da natürlich auch Kritik, aber ich bin ein Mensch, ich bin sehr kritikfähig. Also ich bin, glaube ich, der größte Kritiker von mir selbst und deswegen habe ich da auch kein Problem mit. Wo ich tatsächlich so einen kritischen Punkt sehe, ist, ich möchte natürlich nicht, dass Menschen jetzt irgendwo hinreisen und dann Tiere anfassen oder sonst irgendwie was machen. Deswegen machen wir sowas auch nicht. Und wir werden auch in Zukunft, wenn es auf die nächste Reise geht, werden wir alles nochmal ein bisschen mehr quasi auf Nachhaltigkeit und auf Respekt vor Natur so ein bisschen abmünzen, weil wir natürlich auf den Reisen auch immer ganz schnell gesehen haben, es gibt viele Menschen, die gerne verreisen, um Tiere zu sehen, aber es gibt eben auch ganz viele, die da wenig Respekt vorhaben. Wir haben da die gruseligsten Sachen erlebt, ob das jetzt ist, wenn man irgendwie auf Sumatra unterwegs ist im Dschungel und man macht da so eine geführte Tour und dann wird ruckzuck der Orang-Utan mal angefasst. So, da steht man als Tierpfleger ganz schnell da und denkt so, sind die wahnsinnig, der nimmt einen und schüttelt einen durch. Also wir wissen ja, was so ein Tier macht. Und für den, sag ich mal, Unwissenden ist es ja so, der denkt, ach niedlich, da ist eine Orang-Utan und alles drum und dran. Ja, da sind wir schon ein bisschen skeptischer und es soll natürlich nicht so sein. Wenn man Tiere anfasst, ist es kein Schutz mehr und deswegen sollte man immer die Finger davonlassen und es gibt ja diesen Spruch, hinterlasse nichts außer Fußspuren und genau so sollte man das auch berücksichtigen und so machen wir das auch. Also wir gehen ja auch nicht irgendwo hin und krabbeln gleich Tiere an, auch wenn sie zum Beispiel in so manchen Nationalparks recht zutraulich sind. Aber ich bin zum Glück da auch nicht jemand, der unbedingt streicheln muss. Ich bin mehr so der Beobachter. Also du bist, gehst da zum Beispiel jetzt gerade auch bei den zwei kleinen Schneeleoparden total sachlich dran. Also du hast diesen inneren Drang nicht, da mal zu streicheln. Muss da nicht mit dir kämpfen? Nee, überhaupt nicht. Also ich finde die niedlich, klar, auch wenn ich die jetzt nur so auf so einem Schwarz-Weiß-Bildschirm gerade sehe. Aber für mich ist dann tatsächlich, wo mein Herz hüpft, ist, wenn die auf der Außenanlage laufen, wenn die Mutti folgen und vor allen Dingen, was ich mir sehr wünsche, ist, wenn Papa, Asuka, denn mit denen ein bisschen spielen kann. Weil das ist, glaube ich, das, was kommen wird. Während nämlich Chandra so ein bisschen aufpassen wird und so ein bisschen gucken wird, dass es den Kleinen gut geht, wird Asuka wahrscheinlich so der Spielkamerad sein. Und das ist dann der Moment, wo ich sage, wunderbar. Das ist in Freiburg-Bandern auch so natürlich. Klar, wenn dann die Jungtiere unterwegs sind, so ein Baby-Elefant, gerade so auf Borneo, bei den Borneo-Zwerg-Elefanten, die haben dann so viele Haare und das sieht unglaublich niedlich aus. Aber für mich ist das denn egal, ob da junge Tiere sind oder alte Tiere sind. Ich finde einfach diese Situation, da ist eine Herde, da herrscht Harmonie. Ich sage mal, da ist so ein Stück heile Welt. Genau das wünsche ich mir einfach. Bei diesem umsichtigen Weitblick sehe ich ja quasi den Posten des Zodirektors regelrecht vor dir. Nun will ich ja nichts herbeischreien und so weiter und so fort. Aber ich glaube, sowas, was entwickeln, das wäre schon irgendwie dein Ding. Ich glaube, das wäre überhaupt nichts für mich, weil, also man muss ja erst mal sagen, die Verantwortung, die man da trägt für solche Entscheidungen, die auch getroffen werden. Und vor allen Dingen hat man da nicht so den Kontakt zu den Tieren. Und das ist ja doch schon das, was ich sehr gut finde. Also es ist zum Beispiel so, dass meine Kollegen, die müssen mich dann immer daran erinnern, hier, da und da machen wir heute Mittag und so. Ansonsten würde ich dann auch, ja, klingt immer ganz böse, aber ich würde auch sehr gerne einfach bei den Tieren sitzen und mit denen Pause machen. Gar nicht böse meinen Kollegen gegenüber gemeint, sondern ich mag die ja sehr gerne. Aber ich verbringe auch einfach gerne Zeit mit den Tieren, weil die werfen einem ja wahnsinnig viel Kommunikation entgegen. Zwar sappeln die da nicht so viel wie ich, aber die sprechen ja trotzdem auf eine andere Art und Weise. Und das ist dann richtig spannend. Ich habe ja hier zum Beispiel mit unserer, ja, mit unserer alten Schneeleopardendame Laura, die mittlerweile leider seit fast zwei Jahren schon verstorben ist. Mit der habe ich ja viele Mittagspausen verbracht. Und das war für mich immer richtig Gold wert, obwohl ich da oft einfach nur angeknurrt wurde. Ja, so 30 Minuten angeknurrt werden, ist da manchmal auch ein bisschen frustrierend. Aber es war trotzdem immer toll, weil sie hätte ja auch weggehen können. Ich habe da ja den Schieber zur Außenanlage mal aufgemacht und sie hätte ja auch rausgehen können. Aber nö, sie wollte ja Zeit bei mir verbringen. Ich saß dann da im Schneidersitz auf dem Boden und habe dann mit ihr auch einfach erzählt, dass sie so meine Stimme, meine Stimmfarbe mitkriegt und auch mitkriegt, ach, der will nichts Böses, sondern der ist einfach jetzt hier und erzählt mit mir. Und das mag ich total gern. Oder ich begrüße dann auch morgens meine Geier, teilweise auch einzeln. Also alle mit Namen und gucke die dann alle einmal an. Und das ist für mich auch so ein Ritual. Und ich freue mich dann auch, da kommen ja keine Worte zurück, aber so ein paar verdutzte Blicke kommen mir zurück. Und das finde ich dann richtig, richtig toll. Das ist dann so, die Tiere geben einem das schon viel zurück. Aber sie sind ja noch nicht lieber als Menschen. Also nicht lieber als Menschen, aber ich sehe da auch jetzt nicht so den ganz großen Unterschied, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht kann das jeder verstehen, der zu Hause einen Hund hat oder eine Katze. Da ist es ja auch so, man spricht ja mit seinem Hund oder seiner Katze. Viele Katzen, die dominieren ja ihre Menschen zu Hause auch und sagen, wann es denn Essenszeit ist und so. Das kriegt man manchmal gar nicht so mit. Und für mich ist das tatsächlich auch so, ich sehe mich auch nicht als was Besseres. Ich bin sicherlich als Mensch was anderes, aber nichts Besseres. Wir müssen alle irgendwie auf dieser Welt klarkommen und am besten gemeinsam klarkommen. Und das ist auch das, was ich mir aus den Reisen so herausziehe. Die Probleme, die wir hier in Deutschland mit Tieren haben, sind genauso auf Borneo, die sind genauso auf Sri Lanka und wahrscheinlich überall auf der Welt. Der Wolf ist hier in Deutschland so ein hochdiskutiertes Tier. Es gibt Leute, die befürworten den Wolf. Es gibt Leute, die hassen den Wolf regelrecht. Und ich kann beide Seiten auch verstehen. Ich bin sehr glücklich, dass er wieder da ist. Aber wenn ich jetzt Leuten erzähle, und das mache ich tatsächlich auch, können Sie sich jetzt vorstellen, dass der Schneeleopard wahnsinnig unbeliebt in Nepal ist. Dann sagen die, nee, wieso das denn? Der ist doch so hübsch und so eine tolle, elegante Katze. Und dann sage ich, ja, es gibt Studien, die belegen, Schneeleopare ernähren sich zu 60 Prozent von Haustieren. Und das ist ja viel schlimmer als das, was der Wolf bei uns macht. Und dann kann man sich ja vorstellen, wie unglücklich die Leute sind, die dann da vielleicht mal eine Ziege gerissen kriegen. Die sagen dann nicht mehr, auch der Schneeleopard ist aber so niedlich. In so einem kleinen Dorf hat man ja als Familie vielleicht drei Ziegen. Und die ernähren dann nicht nur einen selbst vielleicht durch die Milch. Also die werden ja oft nicht geschlachtet, sondern die Milch wird genutzt. Die ernähren dann auch das eigene Baby. Wenn dann eine Ziege gerissen wird oder zwei, da kann man den Hass der Menschen auf den Schneeleoparden schon verstehen. Es ist falsch in dem Sinne. Es ist aber menschlich. Man kann den Schneeleoparden das nicht vorwerfen. Er macht das, was ein Schneeleoparden macht. Man muss einfach Verständnis für alle Parteien haben, also sowohl für Tiere als auch für Menschen. Und gucken, wo haben wir die Lösungsansätze. Und da versuche ich natürlich hier auch mein Stückchen Bildung weiterzubringen. Wenn ich mit tausend Leuten spreche und nur einer geht irgendwie los oder erzählt am Abendbrotstisch, heute habe ich das und das gelernt, dann ist das sehr viel wert. Weil ich spreche ja im Laufe der Jahre mit einigen tausend Menschen. Und so summieren sich natürlich auch die Menschen dann letztendlich, die da was mitnehmen. Du bist halt sehr sendungsbewusst. Kann man sich mit dir eigentlich auch über die ganz leichten Themen wie Fußball oder sowas unterhalten? Oder ist immer auch ein Stück Weltverbesserung dabei? Fußball? Also Fußball jetzt nicht unbedingt, außer zu WM oder EM. Ja, ich bin zum Beispiel ein wahnsinniger Film-Nerd. Ich höre aber mehr Podcasts über Filme, als dass ich Filme überhaupt gucke, weil mich die Hintergrundinformationen da so sehr interessieren. Nee, ich habe wahnsinnig viele Themen, die mich umtreiben. Eigentlich ist es ja immer schön, wenn man so eine Passion im Leben hat, wenn man sich darauf konzentriert und der Beste in diesem Gebiet eigentlich ist. Das bin ich aber überhaupt nicht. Ich interessiere mich für ganz viele verschiedene Sachen und kann mir zum Glück auch ganz viel aus den ganzen Sachen merken. Ich bin einfach interessiert. Das ist ja etwas, was eigentlich zum Beispiel Kinder auch sehr stark haben. Deswegen, ich habe zwar keine Kinder, aber ich umgebe mich sehr gerne mit Kindern. Weil Kinder haben so eine Faszination. Wenn ich mich ja mit einem Erwachsenen hinstelle und ich erzähle dann eine halbe Stunde über Dinosaurier, dann interessiert das viele gar nicht mehr. Mit einem Kind kann ich aber über alle möglichen Dinosaurier sprechen. Und ich habe halt aus meiner Kindheit die Faszination dann nie verloren. Das ist manchmal ganz witzig. Ich habe da so auch so meine, ich sage mal, Lieblingskinder, mit denen ich da richtig Fachgespräche führen kann. Die können mir dann lateinische Namen um die Ohren werfen mit sieben Jahren. Und dann, das ist der Wahnsinn. Da denke ich immer so, oh Gott, oh Gott, ich mache das schon ein bisschen länger und kann das nicht. Das ist Wahnsinn. Ich mag einfach Faszination für etwas. Kinder sind ja auch sehr enthusiastisch bei ihren Themen. Und so enthusiastisch kommst du mir ja auch immer wieder rüber. Das kann ich mir vorstellen, dass das gute Ansprechpartner für dich sind. Ja, ich glaube, ich bin eigentlich nie so richtig erwachsen geworden. Wenn ich so mal gucke, so in meine ehemaligen Klassenkameraden. Ja, die haben teilweise schon Kinder, die sind 14 oder 16 Jahre alt. Und haben Familie gegründet, haben Haus gebaut und was weiß ich alles. Ja, ich habe noch immer meine Flausen im Kopf. Auch jetzt mit 36 habe ich noch so viele Projekte so im Kopf, die ich machen werde. Ich sage auch immer, extra machen werde, weil ich das auch als festes Ziel habe. Wo andere sagen würden, ja, ja, du wirst auch noch ruhiger im Alter. Nee, ich glaube nicht. Ich werde noch ganz viele Sachen in meinem Leben machen. Ganz komische Sachen. Ich will mal viele, viele Wochen einfach zu Fuß durch die Landschaft laufen. Und das wird vielleicht auch sogar durchs Himalaya-Gebirge sein. Da gibt es ja einige lange Passagen, die man da laufen kann. Und ich war ja noch nicht da. Ich habe noch nie einen Schneeleoparden gesehen. Und das werde ich auch nicht machen, wenn ich mal drei Wochen irgendwie nach Nepal reise oder nach Kyrgyzstan, sondern da braucht man ein paar Wochen. Und mit meiner Freundin zusammen habe ich auch das Ziel, wir wollen den längsten Fluss von Borneo, wollen wir mal bereisen. Der ist 525 Kilometer lang, heißt Kinabantangan und ist so eine kleine Oase, leider umgeben von Palmöl-Plantagen. Aber da ist rechts und links ganz viel Dschungel. Und wir haben 2015 unser Herz da verloren und haben mittlerweile sogar Freunde da. Und dieses Ziel, das haben wir noch so vor Augen. Da würden andere sagen, wieso, warum wollt ihr das machen? Von der Mündung, also vom Meer bis zur Quelle reisen. Warum? Und dann sage ich immer, ja, aber warum ist damals Charles Darwin losgereist? Warum ist Alexander von Humboldt losgereist? Und ich will mich mit denen nicht vergleichen. Aber Menschen und auch Tiere sind immer losgereist, weil sie neugierig waren. Und Kinder sind auch neugierig. Und da bin ich, glaube ich, ein großes Kind. Und es gibt wahrscheinlich auch viele Erwachsene, die sagen, ah, das würde ich auch alles gerne mal machen. Und dann kommt aber irgendwie eine meistens selbst auferlegte Grenze. Warum, wieso, weshalb das nicht gemacht wird? Und diese Grenze, die lasse ich einfach nicht zu. Du bist auch sehr streng mit dir selbst. Also selbst ich habe jetzt im Gespräch mit dir immer das Gefühl, dass ich die Dinge, die ich mag, dass die viel zu banal sind. Hast du manchmal tatsächlich im Gespräch auch mit anderen Leuten, dass die sich für Dinge interessieren, wo du sagst, Leute, es gibt doch viel Wichtigeres im Leben. Oder kannst du dich da auch schon mit reinfühlen? Ja, Fußball interessiere ich mich ja tatsächlich nicht so. Da sind wir ja schon wieder dort gelandet. Aber zum Beispiel generell das Interesse an Tierpflegern fast größeres als an Tieren. Wie gehst du damit um? Ja, ich versuche ja immer zu verstehen, woher kommt das? Warum sind ja Menschen so geprägt? Es gibt ja zum Beispiel Menschen, die interessieren sich auch überhaupt nicht für Politik. Ich bin eben so ein Mensch, ja, ich setze mich auch dann mal ein ganzes Wochenende hin und lese mir alle Wahlprogramme durch. Das hätte ich wetten können. Ja, und ich verstehe auch, wenn andere Leute sagen, das ist mir jetzt alles zu kompliziert. Damit will ich nichts zu tun haben. Das überlasse ich Menschen, die sich damit auskennen. So war ich ja auch mal. Aber ich setze mich dann auch bewusst hin und sage, wieso ist das eigentlich so? Wieso ist das so kompliziert? Und ich versuche dann auch einen Weg zu finden. Und ich versuche auch jedes Mal immer zu gucken, warum interessieren mich einige Themen und andere Themen nicht? Zum Beispiel, ich habe ja schon gesagt, ich habe keine Kinder. Trotzdem bin ich in dem Thema tatsächlich sehr stark drin. Also ich weiß zum Beispiel, was passiert, also was muss man machen, wenn man jetzt ein Kind in die Welt setzt? Was muss man machen? Was muss man beantragen? Worauf muss man achten? Und so weiter. Weil ich finde, das gehört alles zum Leben dazu. Und ich bin ja auch noch kein Rentner. Und trotzdem gucke ich, was treibt Rentner um? Was sind da so Sachen, die für die Menschen wichtig sind? Weil da komme ich ja irgendwann auch nochmal hin. Deswegen, ich versuche so ganz, ganz breit gefächert auch alles aufzustellen. Denn wer weiß denn schon, was für ein Interessantes? Ja, erst wenn man da reinschnuppert. Also viele kommen ja hier wahrscheinlich auch in den Zoo und sagen, ja, wir sind Tiere gucken. Und dann sehen sie vielleicht mal irgendwas. Und dann wird so eine Faszination geweckt. Zum Beispiel, wenn man denn mal hier unseren Tiger durchs Becken schwimmen sieht. Und da unten im Becken sind auch noch Störe und Karpfen drin. Und denkt man, Wahnsinn, wie das aussieht. Und macht der das im Freiwildbahn auch? Und schon ist so ein ganz kleiner Keim gepflanzt. Und daraus erwächst eine Pflanze. Und irgendwann sitzt man dann zu Hause mit einem Tierbuch. Und dann hat man irgendwann eine halbe Bibliothek vielleicht zu Hause. Oder hört diesen Podcast. Oder guckt eine Dokumentation. Und versucht einfach dann in das Thema weiter einzudringen. Und so entsteht ja Faszination. Stört es dich manchmal, wenn Leute zu klein geistig denken? Oder siehst du wirklich das so positiv, wie das auch immer wieder mit ergibt? Du kriegst die Leute irgendwann schon. Ja, also manchmal ist das schon schwierig. Wir haben ja auch viele Besucher. Da merke ich schon, die interessieren sich zum Beispiel wenig über die einheimische Natur. Oder wenig generell für Tiere in freier Wildbahn. Also ich habe auch immer gedacht, alles, was hier in Deutschland kreucht und fleucht. Ja, das sehe ich ja regelmäßig. Und das ist für mich dann uninteressant. Und da ist das zum Beispiel bei mir auch so gekommen. Ich habe ja irgendwann Menschen im Ausland erzählt, was in Deutschland so unterwegs ist. Dann sitzt man zum Beispiel auf Komodo. Ja, so auf der Insel, wo die großen Komodowarane rumrennen. Und dann fragt eben der, bei dem wir gewohnt haben, fragt dann, habt ihr Affen bei euch in Deutschland? Und man sitzt da so ein bisschen schmunzend und denkt so, hä, nee. Aber woher soll der das auch wissen? So, und wir hatten dann zum Glück einen Laptop mit. Da hatten wir ein paar Fotos drauf, die wir uns vorher so ein bisschen rausgesucht hatten. Und haben dann die Natur, die wir hier in Deutschland haben, mal so ein bisschen gezeigt. Von den Alpen bis hoch ans Wattenmeer. Da stellt man erst mal fest, was für ein Land wir eigentlich so haben. Und ich bin heute ein absoluter Deutschland-Fan, was das angeht. Also, ich würde auch mal behaupten, wir haben vielleicht sogar eines der spannendsten Länder der Welt. Also, wird jetzt vielleicht einer sagen, der so von Costa Rica und von Namibia und so träumt, wird jetzt vielleicht sagen, hä, nee, sehe ich überhaupt nicht so. Aber wenn man wirklich mal sich so ein paar Ziele hier in Deutschland setzt und mal überlegt, was wir alles haben, was wir auch zum Beispiel in den letzten Jahren hier ausgewildert haben. Vom Luchs über Wildkatze, über Wiesent oder wenn man mal in die Alpen guckt, Steinböcke, Murmeltiere, Gämse. Oder wir waren letztens gerade auf Helgoland und da kommt man hin und denkt so, das ist der absolute Wahnsinn. Eine ganz andere Vogelwelt, dann sitzen da Kegelrobben und Seehunde am Strand. Und man denkt nur, Wahnsinn, also so eine Welt, die wir hier eigentlich haben, so eigentlich ja fast vor der Haustür, das ist schon beeindruckend. Und ich glaube einfach, viele Menschen, die wissen das gar nicht. Und wie soll man das dann auch erfahren, wenn einen keiner da drauf bringt? Deswegen bin ich ja auch so redselig. Ich habe auch überhaupt kein Problem damit, drei Wochen gar keinen Menschen zu sehen und überhaupt nicht zu sprechen. Also, ich bin so ein Mensch, ich bin so ein bisschen soziophob, aber auch eine absolute Rampensau sein. Ja, aber ich habe mir das irgendwann auch alles so zur Aufgabe auch so ein bisschen gesetzt, weil ich ja auch gedacht habe, ja, wenn ich den Leuten aber nicht darüber berichte, dann kann ich ja auch nicht sauer sein, wenn jetzt sich zum Beispiel auch im Freundeskreis Leute nicht für Tiere interessieren. Und ich kann sagen, wenn Sarina und ich, wenn wir auf eine Feier kommen, dann sind manchmal die Blicke auf uns gerichtet. Das ist uns manchmal auch sehr unangenehm, weil wir nicht im Mittelpunkt da stehen wollen. Wir sind manchmal gar kein Thema, aber die Leute fragen dann natürlich auch ganz schnell, Oh, wie läuft es im Zoo? Und, oh, wollt ihr wieder verreisen? Und so. Und das ist manchmal dann so ein bisschen komisch. Stellen sie die Stühle um euch drumherum auf dann langsam. Ja, das ist tatsächlich auch so. Und wie gesagt, das ist uns auch recht unangenehm. Aber bis jetzt kamen auch von Freunden nie Beschwerden, dass sie sagt, oh, ihr steht uns jetzt die Show. Sondern die sind ja immer ganz froh auch, dass denn da Menschen einfach mit Begeisterung reden. Und ich denke auch mal, wir werden auch mal, also Sarina und ich, wir werden auch mal irgendwann das vielleicht auch in größeren Rahmen machen. Vorträge halten. Das klingt einfach nur logisch. Ja, das ist natürlich alles jetzt durch die Corona-Situation so ein bisschen eingebrochen. Aber man muss ja auch sagen, ich glaube, durch diese Situation ist vielleicht tatsächlich ein Nachfrager größer. Ich merke das an vielen Besuchern. Die haben wirklich viel, viel mehr Fragen als vorher. Steffen, je länger ich dich reden höre, da fallen mir noch gleich ganz andere Berufe ein, die du auch ausüben könntest. Also, wenn Religion dein Ding wäre, ich würde dich auch auf der Kanzel sehen. Politik wäre auch ein Feld für dich. Also, man darf sehr gespannt sein, was da noch rauskommt bei euch. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch. Ich bin tatsächlich auch hin und wieder zu Wort gekommen. Ja. Das war sehr interessant. Also, diese Leidenschaft, die reißt dann ja tatsächlich mit. Ansonsten, das muss ja nicht bei diesem Podcast, bei diesem einen bleiben. Euren YouTube-Channel gibt es ja sowieso auch noch. Also, Steffen Torolski ist in der Medienwelt präsent. Dabei nach wie vor viel Glück und hier natürlich auch im Beruf und auch für eure Reisen. Vielen Dank. Dankeschön. Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. Und MDR Sachsen. Vielen Dank. Vielen Dank.